so hier haben wir das gebiet kurz ein bisschen erkundet hier die beiden sachen eingenommen ich war ein bisschen suboptimal hier aber jetzt gehe ich hier nach rechts rüber werde jetzt erst mal hier den Tujovara aus den Posten einnehmen wie ich zumindest und dann geht es weiter die Mission da oben machen aber jetzt muss ich mich mal weiter vorkämpfen hier so Fähigkeiten habe ich hier dazugekriegt mal gucken hier sechs stück habe ich dich einsetzen kann ich überlege was ich mache das war immer energie ist wichtig für mich aber dafür habe ich viel energie sehr wichtig schreit da rum so kurz hauptkortier da aus dem Posten hauptkortier ist ja gar nicht ihr seid ein riesen Tücher da hier seid ein riesen Tücher da kann ich hier nichts zähmen noch nicht ist ja lustig nein ich glaube die kann ich auch nicht zähmen eigentlich sind die ja die sind keine raubtiere ne eigentlich raubtierig auf Gras so Wölfe hier die verbissen sich eh weil mein Löwe zu hart ist ich habe die Nasenspülung gemacht ey kennt ihr das wie den dicken Schnupfen habt der Nasen muss frei sein Nasenspülung aber dafür ist mein Ohr jetzt wieder dicht ich hasse Schnupfen ich hasse Schnupfen so wie komme ich da am besten hoch da na guck ich da an yo oh oh hier liegt direkt beim Außenposten ist natürlich nicht so geil okay ich bin direkt drin ja 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 jetzt Ó du musst mich noch erobern irgendwie ja hohohohohoho wööö gar nicht lustig Das ist so gut. Boah Oh oh Autsch Bisschen Salam Geben, facken dann wieso auch welche Äh, ich muss es noch weg Ja, ja, bla 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 Headshots wirken trotzdem Alter, was ist denn da aus? Es kommt noch ein Bär Boah, jetzt häng ich wieder irgendwie in der Maus fest Oh Fuck, ey Mann, 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 ey Jetzt hängt da oben schon wieder einer rum Was soll das denn? Hab ich schon weggeholt Ach komm Läpp mich im Arsch Brenn dich auch noch Jetzt muss ich jetzt noch was essen Jetzt renne ich wieder weg Jetzt bin ich gleich tot Ey, Mann, das gibt's doch nicht Nein, ich da hoch Oh, ich bin da verunter Mann, 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 Mann So, doch befreit Ui, Mann, das war wieder ein Kutter-Mutter-Kram hier doch Ja, Tashuara aus dem Osmo-Freitag Geht doch Wie zu lange gedauert Viel zu lange gedauert Aber gut Fails gibt's überall Profi-Spieler bin ich nicht Von daher Ege Mach mal eine Mietze-Katze da Das geilste kommt auch erst mal ein Bär angelaufen, ey Haha, super Hörst du das? Oh, ein schwarzes Mietze-Katze, komm her Ich wegrennen Ich wegrennen Nein Ich will dich haben Bleib stehen Ach, Mann Naja, jetzt hab ich die ganze Minute da nicht mitgenommen Die Mietze-Katze haben wollte Ach, Mann Wo kann ich die denn nicht zähmen? Nein, nein, nein Bleib jetzt mal stehen, verdammt Oh, Mann Ich will ihn haben Kann ich nicht mehr zähmen, weil ich schon einen Tiger habe? Schiffmäßig, naja, kannst du was essen? Kein Fleisch mehr Ja, der hat aber noch was Ach man Jetzt darfst du den Bobel Lend mal weg Ja gut, das hat wieder Spielzeug gekostet Ich will den aber eigentlich haben Das muss ich dir anerlegen Oh Ja, das hat er gebracht Komm her, ich will mich Füttern Ah, das sind meine Leute hier So, ich bin jetzt irritiert Ich weiß nicht, wo ich abgeblieben bin Äh Dann mach ich den Auspass Auch nochmal eben oder was? Oder mach ich die Mission? Ne, ich mach die Mission Ich mach die Mission hier Tensei der Schamane Spüre die Venya auf, die vom Stamm der Isila gefangen wurden Äh, was ist das denn hier? Komischer Vogel Nehm ich mit Jage Sehr gut So, fünfmal Fleisch Das brauch ich jetzt auch So, kann ich hier irgendwo hoch? Jetzt haben wir Fleisch, okay So, kann ich hier irgendwo hoch? Schauen wir mal nicht Oh Ist auch da Oder? Ja Boah, ich spür auch grad ein bisschen wirr Was ich daran, dass ich wie gesagt eine Erkältung habe Und nicht ganz bei der Sache Ich bin der Beste Oh nein Nein Tau Nein Komm hier schon wieder nie weiter Hehehe Äh Oh Oh, Jim da Wir sind durcheinander, wa? Na ja Na ja Ich sehe So dicht an meinem Lager, was soll das? Achso, ich muss mal heilen, wa? Ja So Venya Ereignis, Töte, Angels, Ratte, die Gefangenen, Venya Okay Ich bin so ein harter Schütze, wenn meine Maus, wenn meine Mausbild richtig sind, Töte Moin Ja Ja Ja, bitte, bitte So, ich will die Mission nochmal machen, hier Wenn ja helfen Schon wieder ein Ereignis Okay, okay, okay Ich helfe euch Ich helfe euch Ich helfe euch Ja 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 Oder war es das? Der Umrenner. Kommt er jetzt, ja. Oh, kann er jetzt. Haha, ich treffe nicht mehr. Nein. 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 Mann, ich mache auch einen Scheiß mit dem Bogen gerade. So. Kommt noch mehr. Ja. Wo, wo, wo? Wo? Und unten wieder. Was, einer ist gefallen. Von dem da oben. Hallo. Oh, jetzt geht er auch noch weg. Hä? Was, bin ich betroffen? Hey, ich treffe nicht, ich bin zu blöd. Jetzt reizt es mir hier. Ich hänge überall fest und kann nicht hier die treffen. Was ist los für mich auf einmal? So ein dummer Kack. Ist doch nicht. So, endlich. So, endlich. Mit Jäger bliegt sieht man auch dann die erlegten Leute sozusagen. Sehr gut. Ich gebe euch auf einmal. Dann bin ich auf einmal. Jetzt geht es aber wirklich weiter zu müssen. Ist ja lange. Ne, ne, ne. Oh, ich habe noch mal. Was ist das denn? Oh, ich habe jetzt noch mal. Ich habe hier Zeit, ne, ne, ne. Es ist hier ganz schön was zu tun hier in dem Gebiet. Mensch, Mensch, Mensch. Oh, mach ich da. Geht das Geld noch gut? Ne, geht nicht gut. Öh. Wegfindung gleich Null. Scheiße. Ah, hier ist Holz. Warte, Holz. Holz, Holz. Nicht blöd. Da. Nächste Mission. Boah. Ich bin da gekommen. Ey du Penner, lass mich in Ruhe. Wollte doch gar nichts tun, Mensch. Du bist ja ganz schön pöser, du. Akzeptieren. Gefangenen der... Gefangenen Venja, okay. Jägerblick, da ist Blutspur. Hier überall Fein und andere Kram. Guck mal, was ist nicht zugelaufen. So oben. Was ist meiner? Äh? Hallo? Wo geht's weiter? Hier oder was? Hä? Da. Wir machen auch immer alles mit hier. Oh, Mietze kann es nicht trinken. Cool. Hier kannst du mal essen. Essen und trinken. Ja, geil. Trinken und essen. Na, shit. Nein. Ich kann die Schwanze aufnehmen, ja. Ne, duk dich mal. Ich glaube, richtig, ja. Hier ist eine blutige Hand. Da noch eine. Da noch eine. Okay, okay, okay. Okay, einfach den Fluss folgen hier. Und wach. Da noch ein bisschen. Warte mal, dahinter ist einer von meinen und da sind die blauten und die bösen Äh, ja Könnt ich die nicht irgendwie befreien? Nein, jetzt holen sie meinen weg Scheiße Okay, er wird nur gehirnwäschermäßig bearbeitet Ich hätte auch nichts machen können, ich konnte nirgendswo hoch Oh, ich glaube ich habe nicht genug Luft Ich glaube So. Das Lager ist kaputt. Hier brennt das Lalalalager nieder. Oh man. Ah, kein Holz mehr. Hier noch. Ich hab mich jetzt erwischt. Ich muss mal über welche. Was sind Menya sind das? Alter, ich... Boah, ich treff hier noch nicht. Hinter mir ist einer. Ich hab kein Fleisch. Oh. Boah. Läuft mir wieder nix. Ziemlich Ressourcen mitgenommen. Ja klar. Läuft mir wieder nix. Ja. Mann, 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 Mann. Ja, ich kann dir leider nicht helfen, Junge. Verdammt. Meine Maus geht aber noch nicht so, wie sie soll. Was ist denn los mit deiner scheiß Maus? Ich... Ich krieg grad zu viel. Irgendwie schwimmt die auf meinem Pad durch die Gegend, ey. Mann, Mann, Mann. Voll ganz komisch hier. Oh, wir schießen vorbei. No, Mann, Mann! Ich kann, man muss sich nicht bewegen. Istunglaublich. Ich kann sie auch runterspringen. Muss noch nicht unbedingt, äh. So poo mir ner. Kurz mir eine Löwen holen. Da kommen eigentlich immer mehr hier? Was soll das? Ach verdammt verdammt Warte Ist das so richtig? Wahrscheinlich nicht Vielleicht auch Vielleicht auch Ich bin ganz Ich komme also immer wieder neu Okay So, Amas muss ich noch im Brand setzen hier Ja Ich brenne das Lager nieder Ja Klasse das Lager, alles klar Woah Ah, ich bin so doof Ich bin so doof Ich bin sehr nötig Und ich bin so weit Ich bin so weit ach man spielte ab und zu auf eine scheiße zusammen hoffe ich bin hier richtig dass irgendwas anderes noch aufgezeigt waren diese wissenschaften verwirrt mann schon nicht sorry leute der kackgrippe der kippe ist eigentlich nicht so wirklich ein starker schnupfen und nervt ein bisschen abgebrochen hey super falsche richtung geschwommen super der stadt verlassen das lager was oder kack und noch mal den ganzen kack das mache ich aber gleich hat sie ja nicht antun hier